Ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Frühstücksspecial Part 2. Heute geht es rund ums Ei. Unsere zwei Klassiker sind Omelette und pochiertes Ei. Und wie man das macht, zeige ich euch heute. Und zwar Step by Step. Ganz wichtig ist, wir verwenden ausschließlich Bio-Eier. Und wir versuchen immer zu vermitteln, dass es nicht gut ist, wenn man jeden Tag ein Ei isst. Das hängt damit zusammen, dass der Körper, wenn er jeden Tag dieselbe Eiweißstruktur bekommt, die nicht mehr so gut aufnehmen kann. Deswegen ist unser Credo ganz klar, jeden zweiten Tag oder jeden anderen Tag ein Ei reicht völlig aus. Wir starten jetzt mit unserem pochierten Ei. Als erstes geben wir Wasser in unseren Topf. Dazu kommt zwei Esslöffel Essig. Beim Essig ist es eigentlich fast egal, welchen ihr verwendet. Er sollte nur weiß sein. Es sollte kein dunkler Balsamico-Essig sein, weil dann würde sich das Ei verfärben. Wir müssen das Ei in das Wasser bekommen. Das geht am allereinfachsten, wenn man das Ei einfach in eine Tasse schlägt. Wichtig ist dabei auch, dass man das Eigelb nicht kaputt macht. Das Wasser kocht jetzt und deswegen ziehen wir es von der Platte. Denn pochieren tut man bei ungefähr 80 Grad. Wir lassen das Ei langsam an der Seite aus der Tasse hinein gleiten. Jetzt versuchen wir das Eiweiß, um das Ei drum herum zu schließen. Das Ei muss jetzt ungefähr so 30 bis 35 Sekunden ein bisschen stocken noch und dann können wir es auch schon direkt servieren. Damit das Ei noch ein bisschen schöner aussieht, können wir hier an der Seite die Fransen einfach abmachen. Das Ei nimmt man am besten mit einer Schaumkelle raus. Das hat nämlich den Vorteil, dass das Essigwasser direkt abtropfen kann, denn das schmeckt nicht besonders gut. Man sollte nicht zu lange warten, da das Ei ja wirklich nur bei 80 Grad pochiert wird, wird es leider auch relativ schnell kalt. Das heißt, ab aufs Brot und genießen. So sieht ein wunderbar pochiertes Ei aus. Die beliebteste Eierspeise ist bei uns tatsächlich das Omelett. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen pro Portion immer drei Eier. Die Eier würzen wir direkt, aber nur mit Salz und Pfeffer. Die Eier werden jetzt mit einem Schneebesen schaumig geschlagen. Dann nehmen wir eine Pfanne und in der Pfanne erhitzen wir etwas Rapsöl. Das Rapsöl ist besonders gut, weil es gute Omega-3-Fettsäuren hat und besonders geschmacksneutral ist. Wichtig ist, dass die Pfanne wirklich heiß ist, denn wir wollen das Ei ja nicht kochen, sondern wollen es braten. Das Ei noch ein-, zweimal aufschlagen und dann geben wir das Ei in die Pfanne. Dazu nehmen wir den Gummispachtel und rühren es am Anfang ein bisschen auf. Und jetzt lassen wir es nur noch stocken. Jetzt wäre auch der Zeitpunkt, um zum Beispiel etwas Schinken oder etwas Käse hineinzugeben. Wir achten darauf, dass es an den Seiten stockt und sich lösen lässt. Wenn wir merken, dass wir das Ei heben können, dann fangen wir an und rollen das Omelette ein. Bis in die Ecke. Das lassen wir mal kurz stocken und dann gehen wir von hinten runter und drehen es in einem Rutsch um. Auf der Seite lassen wir das jetzt so lange, bis wenn wir draufdrücken, kein Ei mehr rauskommt. Das heißt, wir haben von außen ein knuspriges Omelett und innen drin ist es super cremig. Ein wunderschön gebräuntes Omelett, super lecker. Das sind unsere zwei Lieblings-Eierspeisen. Das pochierte Ei und das Omelett. Das berühmteste pochierte Ei sind übrigens die Eier-Benedict. Die werden serviert auf einem Toast mit Spinat und obendrauf etwas Sauce Hollandaise. Auch sehr lecker. Bei dem Omelett hat man wirklich alle Variationen. Man kann sie mit Käse, mit Tomate, mit Paprika, mit Schinken oder sogar mit Lachs machen. Alles ist möglich. Jetzt haben wir aber genug gefrühstückt. Beim nächsten Mal geht es ums Mittagessen. Seid gespannt und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal.